Hallo ihr Lieben, herzlich Willkommen zu einem neuen Video rund um Elder Scrolls Online. Heute bin ich wieder auf der Suche nach dem nächsten Ahnengrab in Wadenfell und zwar das Rethandus Grab. Wovon rede ich eigentlich genau? Von einer Quest, die ihr in Wadenfell bekommen könnt. Und zwar sollt ihr dort Ahnengräber suchen, dort Informationen abhausen, damit der Bibliothekar eine Nachbildung von Wadenfell herstellen kann. Und die könnt ihr dann tatsächlich zum Schluss auch für eure Wohnung bekommen. Zuerst einmal gibt es zu der Quest eine Errungenschaft, nämlich Jägerin der Ahngräber. 30 dieser Gräber müssen wir finden. Das ist nicht gerade wenig. Und als erste Belohnung bekommen wir dann Bibliothekarin und dann in der Folge Quest diese Nachbildung von Wadenfell. Ein wirklich, wirklich tolles Stück. Ich kann es nur empfehlen. Ich mache das jetzt auch zum wiederholten Male, weil ich eben gerne diese Nachbildung noch öfter haben möchte. Nicht nur einmal, weil ich die einfach wirklich, wirklich toll finde. Ja, aber es ist ein bisschen Arbeit, um die alle zu sammeln. So, das Rethandus Grab. Wo finden wir das denn? Mit Meppens ist es natürlich immer sehr, sehr einfach. Wenn man Meppens nicht hat, weil man es nicht will oder nicht kann, ist es natürlich schwieriger. An dem einen oder anderen Grab kommt man auch mal zufällig vorbei. Aber dieses hier liegt doch ein bisschen ab vom Weg, dass man das nicht so einfach findet. Wir nehmen den Wegschrein des Lagers der Oshilaku und bewegen uns dann hier runter an dem Wasser vorbei, bis wir quasi hier in dem Bereich gelandet sind. Und hinter uns sehen wir dann auch schon das Grab. Die Gräber sehen eigentlich immer gleich aus. Das heißt, wenn ihr dann nah genug rangeht, also ihr müsst wirklich sehr nah ran, dann habt ihr eben diese Möglichkeit, die Pause anzufertigen. Das machen wir gerade mal. Und dann ist sie auch in eurem Inventar. Abgehakt ist sie dann noch nicht. Abgehakt wird immer nur das, was wirklich auch schon abgegeben worden ist. Deswegen hier sehen wir es weiterhin in Grau, obwohl es eben in meinem Inventar ist. Aber ich habe es zumindest mal. So, jetzt nochmal auf der Karte der genaue Punkt, wo ich dieses Grab finde. Wie gesagt, wir nehmen hier den Wegschrein, bewegt euch dann einfach hier runter durchs Wasser durch. Also ihr müsst von der Seite kommen, hier sind die Felsen zu hoch und dann hier so quasi in der Mitte findet ihr dann dieses Grab. So, damit haben wir wieder eine Pause mehr, kommen also unserem tollen Einrichtungsgegenstand wieder ein Stückchen näher. Und wenn euch das Video gefallen und weitergeholfen hat, dann freue ich mich wie immer über ein Like und ein Follow und sagt damit Tschüss, eure Kastanie. Bis zum nächsten Video.